P3 Die Hammerburg ist eine in der frühen Karolinger Zeit errichtete Niederungsburg, von der sich der Name Hamburgs ableitet. Traditionell wird die Errichtung in den Kontext der karolingischen Politik im nordöstlichen Grenzraum eingeordnet und auf das frühe 9. Jahrhundert datiert. Im Januar 2014 wurde offiziell bekannt gegeben, dass der Standort der Burg, der heutige Domplatz am Sperrsort, erstmals zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die Burg früher errichtet wurde, als bislang angenommen wurde. Namensursprung Der Name hat seinen Ursprung in dem Wortham, Lage und Aufbau. Die Burg erhob sich vermutlich auf einem flach auslaufenden Gehstrücken inmitten der weiten Ebenen marschen zwischen Alster und Bille, südlich der heutigen Petrikirche. Der Wall hatte die Form eines Vierecks mit abgerundeten Ecken und Bestand aus Plankenwerk, das man mit Erdreich angefüllt hatte. Und wurde vermutlich auf noch älteren Anlagen errichtet. Die Größe lag bei etwa 130 x 130 Meter, die Welle waren 5 bis 6 Meter hoch und 15 Meter breit. Bestanden aus rund 10.000 Bäumen und 20.000 Kubikmeter Erdreich. Innerhalb der Wallumzäunung, die durch Palisaden noch erhöht war, standen auf einem Areal von etwa einem Hektar die schlichte hölzerne Taufkirche des Bistums Hammerburg mit den zugehörigen Klostergebäuden der in. Der stadtansässigen Benediktiner sowie eine Reihe von Häusern, deren stattlichstes den Königshof der Burg Vogt bewohnte. Im Vordergelände des Erdwalles lag die Vorstadt mit den Unterkünften der Kaufleute und Handwerker. Sie grenzte an einen Hafen, der an einem der Nebenarme der Alster lag dem 1877 zugeschütteten reichen Straßenflied. Einem ehemaligen Flussarm von der Bille zur Alster – Geschichte Die Hammerburg wurde früh bekannt durch Bischof Ansgar, einen von der fränkischen Kirche beauftragten Missionar, der die Burg als Station für seine Bekehrungsaktivitäten der germanischen Stämme des Umlandes nutzte. Im Jahr 845 erreichten Wikinger über die Elbmündung stromaufwärts das Hafenflied der Hammerburg, die sie plünderten und brandschatzten. Bischof Ansgar konnte nur mit knapper Not entkommen. Flüchtlinge ließen sich zeitweise im Dorf Schmeßen im Solling nieder, wie anhand von Keramikscherben ermittelt wurde. Die Belagerer zogen nach der Verwüstung wieder ab. Die Hammerburg konnte sich aber von dieser Katastrophe nicht erholen und führte lange Zeit nur noch ein Schatten da sein. Das Bistum wurde mit dem in Bremen Bestehenden vereinigt. Erst mit der Verlagerung des Handels von der Ost zur Nordsee im 12. Jahrhundert blühte sie als Namensgeberin der Stadt Hamburg wieder auf. Ein Bericht über den Angriff der normannischen Wikinger auf die Hammerburg ist aus der Feder des Erzbischofs Rimbert von Bremen überliefert. In seinem Werk Vita Sankti Ansgari schildert er das Leben und Wirken seines Amtsvorgängers, des später heilig gesprochenen Missionars und Bischofs Ansgar. Die Vita Ansgari ist die einzige Quellenangabe über die alte Hammerburg, aus wissenschaftlicher Sicht aber durchaus glaubwürdig. Rimbert lebte kurz nach Ansgar. Zudem ist wahrscheinlich, dass sich der alte Holzdom am selben Platz wie der spätere Mariendom befand. Nach heutigen Erkenntnissen erstreckte sich der Wall der Hölzernen Burg unter dem später errichteten Heidenwall. Rund um den Domplatz und die Domstraße befand sich stattdessen die Domburg. Durch die mehrfache Aufschüttung und Bebauung liegt der heutige Domplatz mindestens vier Meter oberhalb der Burg. Unter anderem standen an derselben Stelle sowohl der Mariendom als auch das Johannäum. Ausgrabungen Um die legendäre Hammerburg zu finden, wurden mehrere langjährige Ausgrabungen unternommen. Die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges hatten große Teile der Bauten auf dem Gelände zerstört. Dem U-Bahn-Bau und Straßenverbreiterungen fielen weitere Bauten, darunter auch der bis 1955 noch erhaltene Westflügel- und Arkadengang des Johannäums. Zum Opfer, die nicht wieder bebaut wurden. Die ersten Ausgrabungen erfolgten von 1947 bis 1957. Im Jahr 1948 fand ein Ausgrabungsteam unter Reinhard Schindler unterhalb der Domstraße einen Wall mit Erdfahrverbungen, die auf Palisaden hindeuteten, Schindler glaubte, die Hammerburg gefunden zu haben. Spätere wissenschaftliche Erkenntnisse ergaben jedoch, dass die bei den Grabungen gefundene Keramik aus der Wehranlage nicht der Früh-, sondern der mittelslawischen Zeit entstammte. Daraus lässt sich schließen, dass die Anlage frühestens am Ende des 9. Jahrhunderts gebaut wurde, mindestens 50 Jahre nach dem Untergang der Hammerburg. Bei Grabungen unter der Leitung von Gwendolin Gregor von 1980 bis 1987 fand man unterhalb der ersten eine zweite Wahlanlage. Diese stammt aber aus dem 8. Jahrhundert und ist damit zu alt, um die Hammerburg zu sein, die laut der Vita Ansgari um 817 errichtet wurde. Das Areal wurde von Archäologen des Archäologischen Museums Hamburg unter der Leitung von Carsten Kablitz erneut untersucht. Die Arbeiten auf dem Hamburger Domplatz begannen am 4. Juli 2005 und waren auf 18 Monate angelegt. Hierbei wollte Kablitz Team auch beweisen, dass der Platz der Hammerburg bereits weit vorher besiedelt wurde. Einen ersten Hinweis lieferte eine Steinklinge, die ein Schüler bei einem Ausflug zum Ausgrabungsgelände gefunden hat. An der Grabungsstelle wurden Spuren vor und nach der Zeit der Hammerburg gefunden, unter anderem ein Bruchstück des Kenotavs von Papst Benedikt V. Nach dem Ende der Grabungen auf dem Domplatz ist man sich nun in der Forschung einig, dort die Überreste der Hammerburg gefunden zu haben. Am 13. und 14. Dezember 2013 fand diesbezüglich ein wissenschaftliches, interdisziplinäres Kolloquium statt. Die Funde wurden im Rahmen einer Ausstellung vom 31. Oktober 2014 bis zum 26. April 2015 präsentiert.